Schauspielerin Kate Winslet wurde für ihre Darstellung in I Am Ruth bei den BAFTA TV Awards als beste Schauspielerin ausgezeichnet. In der Serie spielt sie an der Seite ihrer Tochter Mia Thrappleton. Wenn ich könnte, würde ich den Award in der Mitte durchbrechen und die andere Hälfte meiner Tochter geben, so Winslet in ihrer Dankesrede. Wir haben das zusammen gemacht, Kind. Das Mutter-Tochter-Duo erschien zur Verleihung im perfekt aufeinander abgestimmten Look. Beide trugen ein schwarzes Neckholdertopf, die Haare hochgesteckt und Schandelier-Ohrringe. Mia ist Winslets älteste Tochter aus der Ehe mit Regisseur Jim Thrappleton, mit dem sie von 1998 bis 2001 verheiratet war. Ebenfalls ausgezeichnet bei den BAFTA TV Awards wurden unter anderem die BBC-Show The Traders, die Netflix-Produktion Dharma sowie Ben Whishaw als bester Schauspieler. Ebenfalls